Hallo und herzlich willkommen hier bei Fitness für Unterwegs, dem Pocket Gym Radio aus eurer Hosentasche. Es ist mal wieder soweit, ich bin's, euer Rodrigo und wir sind hier wieder für eine weitere Gym Talk Runde. Heute das Thema, wie bringe ich Variationen in mein Training. Ich habe neue Möglichkeiten für euch, wie ihr das hinbekommt. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen bei Fitness für Unterwegs, dem Pocket Gym Radio aus deiner Hosentasche. Hier erfährst du, wie du fit, gesund und motiviert bleibst. Heute der Gym Talk mit Rodrigo Silva. Viele Leute sagen, dass Kraftsport auf den ersten Blick gegenüber anderen Sportarten eventuell etwas stumpf und langweilig wirkt. Es lohnt sich aber einen zweiten Blick in dieses Thema zu investieren, denn genau das Gegenteil ist der Fall. Ohne Variationen und Änderungen im Detail wirst du früher oder später ein Plateau erreichen. Du musst deinem Körper stetig neue Herausforderungen geben. Bei den meisten Hobbysportlern sieht die Variation aber meistens leider so aus, dass sie ab und an mal einzelne Übungen austauschen und mal die Wiederholungszahlen verändern. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber auf die Dauer langt es allerdings nicht. Genau deswegen nenne ich dir heute neue Möglichkeiten, um deinen Körper neu herauszufordern. Tipp Nummer 1 Wechsel die Übung Wer wochenlang immer die gleichen Übungen ausführt, tritt irgendwann auf der Stelle. Zu Beginn ist es überhaupt kein Problem, die ersten 8-10 Wochen immer das gleiche Training abzuspulen. Nach diesen 8-10 Wochen empfehle ich dir allerdings, dich auf neue Übungen zu konzentrieren. Statt Maschinen kannst du jetzt zu den freien Übungen wechseln. Sie sind etwas anspruchsvoller, sie belasten zusätzlich Stützmuskulatur und erfordern Koordination. Solltest du bereits mit freien Gewichten zugange sein, dann benutze statt der Langhantel nun die Kurzhantel oder umgekehrt. Beispielsweise beim Brusttraining, wenn du ein paar Wochen Bankdrücken mit der Langhantel gemacht hast, dann mach es nun mit der Kurzhantel. Wenn du bereit zu den fortgeschrittenen Athleten gehörst, dann empfehle ich dir sogar, dass kein Training wie das andere ist. Variiere von Einheit zu Einheit deine Übung, um nicht in die Gewohnheit zu verfallen. Tipp Nummer 2 Wechsel den Wiederholungsbereich Neue Reize kannst du durch verschiedene Wiederholungsbereiche erziehen. Der klassische Muskelaufbau findet bei 8 bis 12 Wiederholungen statt. Es macht dennoch Sinn, auch mal etwas tiefer in die Wiederholung zu gehen. Zum Beispiel 3 bis 5. So kannst du mehr Gewicht bewegen und deinen Körper neu fordern. Eine höhere Grundkraft wirkt sich positiv auf die anderen Wiederholungsbereiche aus, da du nun auch von dort mehr Gewicht verwenden kannst. In die andere Richtung lohnt sich das Experimentieren auch. Du kannst durchaus auch mal 15 bis 20 Wiederholungen machen. Gerade beim Beintraining macht das Sinn. Die Beine sind ein Thema für sich. Sie tragen uns den ganzen Tag durch die Gegend und sind leichte und dauerhafte Belastung gewöhnt. Da darfst du gerne ausprobieren, welcher Wiederholungsbereich dir den größten Muskelwachstum beschert. Die Muskelfaserzusammensetzung unterscheidet sich von Mensch zu Mensch, in den Beinen teilweise deutlich. Von daher darfst du deinen optimalen Weg finden. Ein hoher Wiederholungsbereich hat den Vorteil, dass du den Muskeln im Idealfall besonders gut triffst und die Übung sehr sauber ausführst. Das liegt einfach daran, dass du dich nicht am Limit bewegst und dich voll und ganz auf deine Ausführungen und dein Muskelgefühl konzentrieren kannst. Probiere einfach alles mal aus. Tipp Nummer 3 Nutze Intensitätstechnik Es gibt unzählige Möglichkeiten durch Intensitätstechnik nochmal alles aus deinen Muskeln rauszuholen. Zu den bekanntesten Intensitätstechniken gehören der Super Satz, die Reduktionssätze, Teilwiederholung, Negativwiederholung und das Pyramidentraining. Das sind alles super Möglichkeiten, um dich an deine Grenzen zu bringen und darüber hinaus. Zu den Intensitätstechniken gibt es nächste Woche eine Extrafolge. Da darfst du gespannt sein. Tipp Nummer 4 Verwende Widerstandstraining Neben dem klassischen Gewichtstraining kannst du durch verschiedene andere Widerstände deinen Körper vor neue Herausforderungen stellen. Wie wäre es zum Beispiel mit den Kettlebells. Durch die schwunghaften Bewegungsabläufe beim Kettlebelltraining wird dein Körper völlig neuen Belastungen ausgesetzt. Oder hast du in deinem Studio diese Eisenketten, die du an deine Langhandelstange hängen kannst? Wenn ja, dann sind sie definitiv ein Versuch wert. Nehmen wir zum Beispiel mal wieder das Bankdrück. Das Geile an den Ketten ist, dass je weiter du die Langhandel nach oben drückst, desto mehr Gewicht kommt durch die Ketten hinzu. Der Widerstand steigt dynamisch an. Du erschwerst dir damit den Teil der konzentrischen Bewegung, der eigentlich leichtere Teil. Was ich damit meine, normalerweise ist der schwerste Punkt beim Bankdrücken der, bei dem du anfängst hochzudrücken. Hast du es erstmal geschafft, sind die letzten 50% der Druckbewegung ein Kinderspiel. Bei Verwendung der Ketten ist das nicht mehr der Fall. Und dein Muskel ist über die ganze Bewegungsdauer maximal belastet. Den gleichen Effekt hast du, wenn du Gummitubes verwendest. Das sind Widerstandsbänder aus Gummi. Den Effekt kannst du dir wie bei einem handelsüblichen Gummiband vorstellen. Diese Bänder gibt es in verschiedenen Widerstandsstärken. Tipp Nummer 5 Lerne von anderen Sportarten Ein Blick über den Tellerrand kann dir neue Ideen und Möglichkeiten für dein Training geben. Darüber hinaus kannst du durch die Ausübung anderer Sportarten eine Menge Fähigkeiten erlernen, die dich auch in deinem Krafttraining voranbringen. Beim klassischen Bodybuilding ist das Ziel besonders viel Muskelmasse zuzulegen und wenig Körperfett zu haben. Beschäftige dich doch darüber hinaus doch auch mal mit Powerlifting und trainiere deine Kraft. Das hilft für dein Muskelaufbautraining, indem du nun auch bei 10 Wiederholungen ein höheres Gewicht bewegen kannst und du dein Plateau überwindest. Tipp Nummer 6 Optimiere dein Trainingsprogramm Sobald du merkst, dass du seit Wochen auf der Stelle trittst und mit den Gewichten nicht weiter hochkommst, kann ein Wechsel deines Trainingsprogramms Sinn machen. Wir unterscheiden dazwischen drei verschiedenen Varianten. High Volume Training, HVT Einfach ausgedrückt bedeutet HVT einfach nur, dass du an einem Trainingstag eine Muskelgruppe mit besonders viel Volumen belastest. Volumen bedeutet mit besonderen viel Übungen und Sätzen. Das HVT ist dementsprechend auf ein Split-Training ausgelegt, sodass du jede Muskelgruppe pro Woche nur einmal reizst, dafür aber mit gewaltig viel Volumen. High Frequency Training, HFT Beim HFT wird jede Muskelgruppe so oft es geht trainiert, dafür aber mit wenig Volumen, sprich wenigen Sätzen und Übungen. Idealerweise in einem Ganzkörper-Training, bei der du jede Muskelgruppe mit nur einer Übung belastest, dafür aber so gut wie jeden Tag. High Intensity Training, das altbekannte HIT, wird optimalerweise bei einem Ganzkörper-Training eingesetzt. Du machst von jeder Übung nur ein bzw. maximal zwei Sätze. Dieser Satz wird bis zum absoluten Muskelversagen ausgeführt, bis gar nichts mehr geht. Dann ist erst Feierabend. Tipp Nummer 7 Trainiere ab und zu nach Instinkt Wenn du immer gleich trainierst, die gleichen Übungen in der gleichen Reihenfolge abspulst und so weiter, dann weiß dein Körper irgendwann bereits was passiert. Er stellt sich darauf ein, passt sich an und deine Fortschritte bleiben aus. Letztendlich ist der Körper eben ein geniales Werkzeug. Er will Energie sparen, wo immer es geht. Training nach Instinkt durchbricht diesen Teufelskreislauf. Da du selber vorher nicht genau weißt, was du trainieren wirst, weiß dein Körper das erst recht nicht. Er kann sich auf nichts einstellen und du stellst ihn immer wieder vor neue Herausforderungen. Das ist eine geniale Möglichkeit für neue Wachstumsreize. Trainiere einfach die Übung, die zu der jeweiligen Muskelgruppe gerade in den Sinn kommt oder auf die du einfach besonders Bock hast. Genauso verhält es sich mit den Wiederholungszeilen. 5, 8, 10, 15, scheißegal, das worauf du gerade Bock hast. Langfristig ist das keine besonders gute Trainingsmethode. Aber um deinen Körper mal zu schocken, ist das extrem wirkungsvoll. Tipp Nummer 8 Trainiere bilateral und unilateral. Erst einmal zur Erklärung. Bilateral bedeutet zweiseitig. Unilateral heißt einseitig. Bilateral ist es zum Beispiel die Kniebeuge, bei der beide Beine gleichzeitig arbeiten. Unilateral wäre hingegen die Split Squats, bei denen du nur ein Bein zur Zeit verwendest. Bilaterales und unilaterales Training unterscheiden sich grundlegend voneinander. Sie setzen verschiedene Reize und stellen unterschiedliche Anforderungen an deine Muskulatur. Du solltest mit beiden Ansätzen ab und an in deinem Training herumexperimentieren, um aus beiden Ansätzen das größte Potenzial auszuschöpfen. Tipp Nummer 9 Trainiere wie ein Profi Es gibt keine bessere Abkürzung, als direkt von einem Profi zu lernen. Das ist der Weg, um deine Lernkurve in schnellstmöglicher Zeit zu maximieren. Wenn ich mich an mein Einstiegstraining erinnere, dann war ich einfach so doof, ich habe so viel falsch gemacht und so viel Potenzial verschenkt, wäre ich damals so schlau gewesen und hätte mehr vom Profi gelernt, anstatt Fehler selber zu machen. Aber naja, was soll's. Lässt dich heute nicht mehr ändern. Du hörst ja zum Glück diesen Podcast, von daher machst du ja schon alles richtig. Die Trainingserfahrung eines Profis ist Gold wert. Meistens hat er im Laufe seiner Karriere selber mehrere erfahrene Trainer und besitzt ein geballtes Fachwissen von mehr als 20 oder 30 Jahren Trainingserfahrung. Wann immer du die Möglichkeit hast, mit solchen Leuten zu trainieren, nutze sie. Viele Profis freuen sich, ihr Wissen weitergeben zu können und trainieren daher liebend gerne mit dir. Eins steht auf jeden Fall fest. Wenn du der stärkste Kerl oder die stärkste Frau in deinem Studio bist, dann bist du im falschen Studio. Wer soll dich denn noch herausfordern? Zugegebenermaßen geht der Spruch eigentlich anders. Er lautet, bist du die schlauste Person am Tisch, sitzt du am falschen Tisch. Aber ich dachte mir, man kann dir mal umwandeln und auf Studio und Scrafttraining beziehen. So, das waren meine neuen Tipps, damit ihr Variationen in euer Training bringen könnt. Versucht ein paar davon umzusetzen, das würde mich freuen. Ich lasse mir auch wie immer gerne eine Bewertung da. Den Link findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Besucht uns auch gerne mal auf www.fitness4unterwegs.de oder auf Facebook, das ist der identische Name. Und ja, schaltet gerne nächste Woche wieder ein. Das war's von mir. Bleibt fit, Leute. Ciao. Bis zum nächsten Mal.